Guten Tag und herzlich Willkommen. In diesem Film werden wir uns mit interessanten Metallkomplexen wie mit diesem befassen. Im Zentrum des Komplexes befindet sich das Zentralion. Ihr habt es bereits kennengelernt. Der vorliegende Komplex wird von zwei Sorten von Liganten umgeben. Die blau gekennzeichneten sind Stickstoffatome, die über jeweils ein freies Elektronenpaar verfügen. Die roten Kugeln symbolisieren Sauerstoffatome, die auch jeweils ein freies Elektronenpaar in die koordinative Bindung einbringen. Das Video heißt Chelabkomplexe. Das Video kommt aus der Reihe Metallkomplexe. Die nötigen Vorkenntnisse kannst du in den Videos Koordinative Bindung und Aufbau von Metallkomplexen erwerben. Ziel des Videos ist es, euch eine erste Einführung in die Chelabkomplexe zu präsentieren. Den Film habe ich in fünf Abschnitte unterteilt. Erstens, Liganden und Zähnigkeit. Zweitens, Bauprinzip von Chelabkomplexen. Drittens, Chelatoren. Viertens, Verwendung von Chelabkomplexen. Und fünftens, Zusammenfassung. Erstens, Liganden und Zähnigkeit. Schauen wir uns einmal einige Liganden an, die wir beurteilen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Sofatutor.com Gute Bildung zu Hause!